Oh, das ist Donnball Bahnhof. Yo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich bin heute nicht allein, ich habe dabei... Hey, Sturmwaffel! Freddy? Hi. Was mit Motivation gerade? Bisschen Hype in den Chat? Hype in den Chat! Wir machen euch heute zusammen wieder eine Runde Ultratanent, meine Freunde. Und ich sage euch eins. Tobi hat mich von den Kandidaten gewarnt, das wird absolut wild. Wir haben Leute mit Videocam, ohne Cam. Genau. Absolut. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Können wir kurz vorher eine Wette abschließen? Ja. Können wir kurz... Wenn wir eine Person dabei haben, die mich auch mitbegrüßt, dann schuldest du mir 5 Euro. Okay, wir fangen an mit Beatbox. Let's go. Yo! Hi! Kannst Beatboxen oder was, ne? Ne. Ne? Steht aber in deinem Namen. Ja. Ja, dann mach mal. Wollen wir einfach anfangen? Ja. Mhm. Es gibt nichts zu gewinnen, das weißt du, ne? Ja, ja. Perfekt. Äh. Oh, Zehner, Junge. Ja, das war schlecht. Kannst du einfach Discord schließen? Ja, ja. Perfekt. Sehr gut. Machen wir weiter mit dem nächsten, meine Freunde. Und, äh, wir nehmen uns die Babystimme vor. Hm, das wird bestimmt lustig. Da freut sich hier Olli. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Was kannst du? Hallo. Ich kann mit Babystimme Erweiß beleidigen. Das, oh, das ist ein Talent. Das ist gut. Das brauchen wir. Äh, mach mal hier. Los, komm. Okay. Erweiß, du kleiner Pisser, du kleiner Fett, sag ich, ist deine Mutter. Sorry, ich hab mich vertan. Ich meinte deine zwei Väter, du kleiner Pisser. Deine Videos sind alle. Ich weiße, wenn du ist der Beste. Und Sturmwaffel auch, sagst du jetzt schnell. Komm. Achso, Sturmwaffel ist auch der Worte. Zeh nicht. Zeh nicht. Zeh nicht. Das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass du da so gut ablieferst, weil du so eine Performance-Babystimme. Wirklich. Also, an sich wirklich eine ganz tolle Nummer. Also, für mich eine klare 3 von 10. So, machen wir weiter mit, ich kann mit, du. Du kannst dich stummen. Aha. Hallo? Hallo? Hallo. Weißt du, was er macht? Was? Ich glaub, das ist es schon. Ich hab eben wirklich gesagt, wir haben Leute dabei, die nicht mal reden, Freddy. Das ist wirklich so. So eine ***. Wie kann man denn hier jemanden vom Server bannen? Machen wir weiter mit, deine Mutter Witze. Ja, bitte. Hallo? Ja, hallo. Ja, wie alt bist du? Ich bin 12. Das interessiert mich nicht. Dann erzähl doch mal ganz kurz. Deine Mutter ist so arm. Ja. Sie kratzt an Bäumen. Nach Harz 4. Okay, ja. Das war's jetzt? Deine Mutter ist so fett. Sie rasiert sich an die Bäume. Mach ruhig. Mit einem Rasenmäher. Mhm. Okay. Ja, gut. Ja. Als Bob der Baumeister deine Mutter sah, hat er gesagt, das können wir nicht schaffen. Äh, ich muss meine Hausaufgaben machen. Dem wollen wir doch helfen, oder? Ja, klar. Du musst deine Hausaufgaben machen. Ja. Zeig mal her. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Können wir deine Hausaufgaben mal sehen? Äh. Ja. Ja? Ja. Ja, was? Ja, können wir deine Hausaufgaben mal sehen? Oh. Hyperinflation. Okay. Ja. Das ist Spili-Geschichte. Ja. Bist du Russe? Ja. Ja, da oben ist ein russischer Tab. Was ist das? Klick da mal drauf. Nein. Okay. Lieber nicht, ne? Ist verboten, ne? Ist von meinem Vater. Daneben ist direkt Reiseauskunft, Alter. Ja, 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 ja. Okay. Urkundengenerator. Das ist meine Schwester. Was? Kann? Bist du? Warte mal. Bist du Urkundenfälscher? Perfekt. Das ist ein wirkliches Talent. Ganz toll, Bro. Ich wünsche dir einen echt geilen Tag. Tolles Talent. Zehn von Zeher. Äh. Ja. Tschüss, ne? Viel Glück noch. Der war gut. Kopf auf den Tisch hauen. Hallo. Hallo. Sag mir bitte, dass du ein Video dazu hast. Nee, eigentlich nicht, aber... Eigentlich, ne? Also ich will dich jetzt nicht dazu drängen, sage ich mal so. Mach, komm, ich will es gar nicht sehen. Hau einfach deinen Kopf auf den Tisch und hau wieder ab. Moment. Oh. Hallo? Wollen wir warten, bis er wieder antwortet? Ja, wahrscheinlich ist er tot. Alles klar, mach's gut. Ciao. Wir haben Montana Belek hier. Montana Belek, der echte? Ja, auf jeden Fall. Du hast sicherlich was vorbereitet, was krasses, oder? Super krasses, ja. Was denn? Äh, ich kann den komischen Song da, den... Wie heißt das? Du meinst den Rettungsschwimmer-Beat. Richtig, ich den kann nicht. Das ist kein komischer Song, das ist ein f***tes Lebens-Lead, okay? Das ist ein Legenden-Lead. Das kann ich spielen auf dem Kazoo. Mit Video oder ohne? Sei ganz ehrlich. Wie mit Video. Ja, man kann ja auch mit Video machen hier. Ist ja Discord, ist ja nicht Teamspeak. Nee, ohne. Lieber ohne. Nicht, dass die Mitschüler dich erkennen, ne? Ja, die schlagen mich schon zusammen. Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, ja, klar. Oh ja. Oh ja. Okay. Und jetzt einmal mit Musik. Ich bin so bereit. Direkt Schills. Oh, da ist er. Oh. Oh. Das hört sich so geil an. Moin, moin, meine Freunde. Willkommen zu einer neuen aktiven Real-Life-Story. Ich erzähle euch heute, wie ich Anzeige 36 bekommen habe. Ja, schön. Also, du bist ein großes Talent. Ich hoffe, dass du damit ganz groß rauskommst. Ja, werde ich. Danke schön. Perfekt. Mach's gut. Einen schönen Tag dir noch. Tschüss. Ich fühle mich jetzt, ich fühle mich wie Monte jetzt, ne? Bin ich ganz ehrlich. Moin, moin, meine aktiven Freunde, ne? Gut, ne? Wie Monte. Weiß ich nicht. Wenn Monte vielleicht Kehlkopfkrebs hat, war? Hunde beim Bellen filmen. Da bin ich gespannt drauf. Der hat ein Video. Das wird gut. Hallo? 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 Komm, stream rein hier. Ich will deine Hunde sehen, ne? Hiwi. Oh, jetzt ruft er den Hund. Heißt der Hund Rewi? Kiwi. Kiwi heißt der. Kiwi. Ah, ja. Ist auch die Frage, ob das halt ein Talent ist, weil der Karni bellt halt einfach immer, ne? Hast du alles erreicht? Ach du? Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, süß. Da ist eine Erdbeere oben an der Decke. Siehst du das, Rewi? Hallo, Kiwi. Und was kann Kiwi so schön? Boah, geil, Sitz. Aber der kann auch bellen, oder wie? Der müsste auch bellen, ne? Sonst bist du immer direkt böse zu mir. Okay, kannst du den mal bellen lassen? Kiwi, kannst du bellen? Glaub nicht, dass er Deutsch spricht. Das ist auch noch ein Pilz, sehe ich gerade im Hintergrund. Sehr viel Gemüse und Obst bei euch. Märchenhaus, ne? Also eigentlich schauen wir es gerade einfach nur jemand an, der seinen Hund streichert, Freddy. Das ist eine Orangentapete, sehe ich jetzt erst. Was geht denn ab da, Alter? Also dann, mach's gut. Tschüss. Kann Kevin Wolter Witze? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Was ist der Unterschied zwischen Kevin Wolter und Jesus? Weiß ich nicht. Jesus hatte das breitere Kreuz. Okay. Ich hab davon ein ganzes Word-Dokument. Wir haben ein drittes Jurymitglied. Du bist nicht das dritte Jurymitglied. Du warst eben schon mal hier. Ruhe, ich mach jetzt mit. Du kannst nicht einfach mitmachen. Du warst eben schon mal hier. Ich mach jetzt mit. Move die nächsten rein. Guck, Rewi, wenn so Leute zu dir sind, dann sind das meistens die Leute, die in ein, drei Jahren für dich arbeiten. So hat Tobi auch angefangen. Ja, stimmt schon. Okay, was machst du? Ich spiele Minecraft. Nerv nicht. Hallo. Ja, bitte. Hallo, wer bist denn du? Was machst du? Was ist dein Talent? Ich kann nichts. Was ist das denn? Da ist die Community von Rewi. Ich weiß gar nicht, wen ich mehr hasse. Ob ich das dritte Jurymitglied oder den Typen der Minecraft-Filie mehr hasse. Also ich fände das dritte Jury. Kannst du mich auch die Jury sein, bitte? Ja, alle bleiben jetzt immer drin und dann sind wir mehr in der Jury. Das ist Donbal Bano. Warte, ich gebe dir kurz den richtigen Rang, ja? Kleinen Moment. Er wird mich banen. Er wird mich banen. Hilfe. So. Ich habe es eingestellt. Oh. Oh nein. Naja, 40 Stunden Ban. Premium Bohrmaschine mit Salz. Ja. Schönes, geiles Headset, Alter. Was kannst du denn? Bohrmaschine und Salz. Bitte? Bohrmaschine und Salz. Soll ich machen? Ja. Ja. Perfekt, raus mit dir. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Du kannst in die Webcam dappen und du hast kein Abi. Du kannst jetzt hier dein Video mit uns teilen. Okay. Das passiert jetzt. Hallo? Du hast... Und das war's. Ja. So wie du aussiehst, hast du jetzt meinen Hauptschulabschluss. Oh. Ich mag den dritten Jury, Juror. Der bringt ein bisschen Edginess mit rein. Denk mal, nächstes Mal mache ich einfach gar nicht mehr mit. Dann machen nur noch Freddy und du. Laufe gegen meine... Gegen eine Wand oder Schrank. Hi. 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 Wir können entscheiden Schrank oder Wand. Boah, ist jetzt schwierig, ne? Ich würde den Schrank an der Stelle wählen. Soll ich beginnen? Ja, gerne. Also du musst es nicht machen, ne? Wir zwingen dich nicht dazu. Jo. Gehtun. Autsch. Ganz kurze Frage. Laura, hast du einen Freund? Nee. Das glaube ich dir. Alles klar. Laura. Mach's gut. Dankeschön, ne? Tschüss. Ja, was denn? Was denn? Darf ich mich grüßen? Auslandsweise, Laura, ja. Danke. Also ich grüße hier mal Lara. Das war so klar. Ich habe schon mitgezählt, wie viele. Ich laufe gegen der Wand. Das heißt, die Wand. Hallo. Hi. Ach, noch jemand, der gegen eine Wand läuft. Ja, ich laufe gegen eine Wand. Wenn das dein großer Traum ist, dann mach das gerne. Was ist das für eine... Boah, Alter. Alles gut? Ja. Äh, warte. Ja? Kannst du vielleicht nochmal machen? Okay. Nee. Bro, warte mal, warum denn? Die... Du bist... Ach, Digga. Perfekt. Alles okay? Oh je. Geht's dir gut? Ja. Sehr gut. Alles klar. Mach's gut, ne? Ja. Startschuss zu der großen Karriere. Mo hat auch so angefangen, ne? Tschüss. Können wir nur kurz sagen. Schönheitsop bei Evive. Hast du Photoshop? Ja. Geil, da bin ich gespannt drauf. Mach an die Kamera. Wir machen das Gesicht schön. Okay, wir machen das Gesicht schön. Ja. Ist deutlich besser als vorher. Kannst du den Mund vielleicht einmal nach unten rotieren? Einmal rotieren? Äh, ja. Toll, wirklich. Das hast du sehr gut gemacht. Du warst bis jetzt absoluter Spitzenreiter hier. Sehr, sehr gut. Bis später. Danke dir. Einer geht noch hier. Komm, eine Person noch hier. Was kannst du denn, mein Guder? Ja, also ich kann Wassergeräusche machen. So Tropfen. Das klingt sauspannend, wirklich. Hast du damit auf der Party schon mal einen abgeschleppt oder irgendwen? Ja, ja, auf jeden Fall. Wirklich jetzt? Aber auch einen nicht von deiner Familie? Mach einfach, komm. Egal. Okay, okay. Ist krass, oder? Drin ist Jurymitglied. Sagst du es ihm vielleicht? Du Bustard. Oh. Unser neues Jurymitglied muss ich hier noch ein bisschen einfinden. Das war sehr schön und toll. Bin ein großer Fan. Äh, bleibe vor. Entschuldigung. Bruder, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Schönheitsoppe bei Wife hat überzeugt. Du hast hier gewonnen. Ganz großes Ding. Wirklich ganz, ganz großes Ding. Aber wir haben noch ein Anime-Girl-Voice. Warte mal ganz kurz. Du hast noch ganz kurz. Komm, mach schnell. Hier, komm. Anime-Girl. Bitte. Hi, how are you doing? Hörst du irgendwie so an wie ein Hentai? Merkst du selber, dass es unangenehm war, oder? Hm, nee, war unangenehm. Ja, was soll ich sagen? Schönheitsoppe bei Wife. Du hast gewonnen. Du kannst dir auf jeden Fall jetzt später dann deinen großen Gewinn abholen. Du musst Wife HD dann nur eine Nachricht auf Instagram schreiben. Der gibt nämlich heute die Gewinne aus, ja? Ja. Mach ich. Geh ich jetzt schnell aus, oder was? Digga, du barst Jury mit dir. Du bist Jury, der gibt's nicht. Der Jury kriegt hier nichts. Perfekt, Leute. Das war es an der Stelle vom Ultratalent. Nochmal. Checkt auf jeden Fall den Discord in der Videobeschreibung ab. Ich kündige das immer auf Instagram, demnächst aber auch auf YouTube vorher an. Wenn ihr irgendwas an Talenten habt, zeichnen, Bildschirmaufnahmen, irgendwas in Games gebaut, irgendwas krasse, Beats bauen, Musik machen, irgendwas. Ihr habt alle Möglichkeiten. Ihr könnt euren PC-Bildschirm streamen, eurer Facecam und euren Sound. Also, rein in die Masse. Ja? Ja, vielleicht zeigen wir irgendwann sogar Leute, die sehr talentiert sind, in unserem neuen Record-Nabel. Wie Frankie Levitt. Frankie Levitt Records. Leute, schaut euch doch mal für den Ehrenmann vorbei. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.